so hallo das war gerade ein kampf den mauszeiger aufzunehmen jetzt sollte es wieder funktionieren ich weiß nicht warum es nicht ging okay ich habe ja schon gesagt wir wollen mal wieder das hier machen nachdem wir schon die ganze zeit global spielen und ich da ganz viele länder einfach nicht mehr weiß wo die sind und so weiter dachte ich wir machen das jetzt einfach mal wieder und wir gehen auch gleich auf die volle weltkarte und ja hier sind wir nur eigentlich wollte ich das vor gefühlter scheibenstunde anfangen aufzunehmen irgendwie war der mauszeiger die ganze zeit nicht im bild jetzt ist es wieder also keine ahnung was war jetzt gerade ist das nicht jetzt habe ich kurz obs offen um nachzugucken und da sehe ich ihn nicht mehr in der vorschau irgendwie habe ich den sonst auch gesehen aber jetzt sehen halt nicht mehr was weiß ich und wenn ich aber rausklicke dann sollte er jetzt wieder da sein gut wir starten mit armenien so und ich habe eigentlich vorhin nur kurz testen wollen ob ihr das gleiche seht wie ich wenn ich dazu zu sagen hoch gehe aber ja passt so armenien müsste das ding neben türkei sein da ist da genau tunesien ach du schande junge junge da schon wieder vorbei ich werde ein paar glaube ich skippen ich glaube wenn ich ein paar nicht weiß gebe ich die einfach bevor ich mich nämlich dumm und blöde klicke werde ich die glaube ich einfach skippen es ist schade dass man die wie die man es gibt dann nachher nicht noch machen kann gott wo war denn tunesien ich habe ein paar vermutungen aber ich will jetzt eigentlich wie gesagt nicht so gerne wir lassen tunesien mal tunesien sein wir gucken mal wie viel wir schaffen will nur die anklicken die ich eigentlich sicher weiß und die wo ich zumindest grob weiß bei tunesien bin ich gerade ganz raus muss ich das war hier auch gott ja erinnerung comeback kuwait okay das war hier irgendwas das war glaube ich entweder dieses kleine ding ja san marino das war ne das war was an oder war das hier zwischen ding oh gott nein was hier ja okay es war eins von den beiden okay schweiz ist klar georgien ist auch klar malaysia war hier drüben welches von denen weiß jetzt nicht exakt aber es war eines hiervon und das ist indien das ist sri lanka das ist bangladesh irgendwas hier irgendwas hier nein war das nicht ach ja okay passt 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 frankreich zack afghanistan okay das ist jetzt eines von denen das war pakistan war afghanistan direkt die afghanistan war daneben war es nicht was doch drüber es war doch drüber ich hätte okay okay ich hätte nicht hätte mich direkt das große war glaube ich iran oder oder war das iran und das ist irak das große also irgendwie so irgendwie so senegal da sind wir auch hier in der nähe unterwegs aber das war auch irgendwas hier in der ecke sehen egal war irgendwas hier in der ecke aber wo genau hatte also dass es gibt dass da war irgendwas mit jordan israel was war denn hier dann nie war das jemand dann daneben wenn was war das oder daneben aber warte 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 sind egal könnte auch hier noch irgendwo reinpassen irgendwo hier in der ecke sind wir ich will nur nicht zu viel rate für dinger machen eigentlich das ist dinge das ist hier hier wenn ich es ist auf jeden fall nicht senegal ich glaube aber sind ja alles irgendwas hiervon wenn ich sogar das ding das ist albanien das ist nordmazedonien scheiße war das nicht irgendeins hier das ist bulgarien glaube ich alles doch nicht hier ich dachte das war noch hier ist senegal irgendwas ah mist ja dann vielleicht doch hatte was ist das denn das noch so was groß ist das groß ist unter der türkei erwarte wir haben ja auch noch warte ist hier irgendwas senegal das ist oman gewesen oman war das glaube ich shit macht zu viele rate versuche irgendwas hier was senegal misst ist irgendwas hier was senegal da ist kurz durch klicken ich bin fast sicher dass es irgendwas hier war wird schon gerne finden weil ich das ist wie es schon sagt das ist eigentlich jemand das weiß ich dass es nicht senegal ist ich klicke es nur an weil weiß ich nicht warum wenn ich eigentlich sicher bin dass es das nicht ist warum klicke ich es überhaupt an wo ein ding ist das das sind auch an das ist alles nix senegal glaube ich scheiße habe ich jetzt hier alle durch probiert ich dachte irgendwie es wäre hier was also hier haben wir österreich dann ist hier ungarn es ist keines von denen jetzt gewesen scheiße ach das hier ist kasachstan ich erinnere mich das ist kasachstan senegal okay wir skippen senegal und jetzt kommt der quatsch das war irgendwas hier das war irgendwas hier das war das nicht dieses lange ding oder das große daneben scheiße okay ich sag ja irgendwas hier war's so nepal weiß ich äh okay lass mich kurz eins ist la ne eins ist nicht nepal ist es lang ne das ist ja doch passt lichtenstein mich nicht zu verwechseln mit luxemburg ah und nein 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 jetzt ist wieder vorbei aber jetzt ist wieder vorbei jetzt kommt das so ein ding was ich überhaupt nicht weiß es könnte irgendeins hier gewesen sein ich klicke mal kurz die hier durch ich könnte denken dass es irgendeins hiervon war ja ok oh nein schad es war auch irgendwas hier glaube ich irgend so ein größeres glaube ich weil es ist das ist so eins was ich immer nicht auf dem schirm hatte ja so ein großes so jetzt palästina ok jetzt können wir wieder was finden hier so palästina ist das ding die mauritius inseln waren glaube ich hier nein hier hier ja die slowenien jetzt geht es wieder weiter slowenien war neben tschechien war das serbien und das dann slowenien es war so rum okay die marschallinseln die waren hier drüben und zwar waren das die langen glaube ich nein die dahinter die da drüben ok nauru da sind wir gleich hier zack ok united kingdom der sudan und was hier meine ich was ist denn neben diesem oman gewesen nicht das sudan jedenfalls scheiße ich hätte ihn irgendwo hier jetzt gedanklich positioniert aber vielleicht auch nicht oh gott sudan wo bist du wo gehörst du hin sudan das ist doch was ist das da eigentlich ich dachte das ist jemen aber vielleicht ist auch das jemen das habe ich doch schon gesagt dass das irak iran ist nix sudan ist irgend so was großes hier ganzes wo war uganda irgendwo hier in afrika soll jetzt alle in afrika durchklicken zwar irgendwas ich glaube was größeres aber so finde ich das net das waren doch die anderen das war noch das war doch nicht uganda hier das war noch diese anderen dinger scheiße da war es geht doch nicht so groß nicaragua da sind wir jetzt hier drüben unterwegs glaube ich panama was nicht sogar noch hier oben irgendwo 1 ja das damit er in der mitte die südafrika acht scheiße ach du scheiße war das nicht eins von den zwei hier ok jetzt haben wir wieder hier drüben so ein insel ding glaube ich ich hätte schwören können es ist eins von denen gewesen ah dies große ok gut der ne mag läuft wieder zack uruguay das ist hier trinidad und tobago ist dieses ding die bahamas katar ok das geht wieder katar ist dass das hier oh libyen habe ich vorhin vergessen libyen ist hier noch unterwegs nicht da es ist nicht irgendwo da scheiße das lübyen nicht irgendwo da gewesen bist jetzt war ich so sicher wait 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 mache ich gerade wieder kompletten quatsch ich glaube ich mag ab der kompletten quatsch libyen scheiße jetzt habe ich doch wieder zu wenig ahnung wie es gibt in libyen neuzealand mongoli glaube irgendwas hier ne warte ne hä wait 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 das ist genau das große über china ich bin blöd barbados Wenn mich nicht alles täuscht, ist Barbados hier mit dabei. Yes. So, Slowakei geht wieder. Das ist jetzt neben der Tschech... neben Tschechien. Zack. Kyrgyzstan. War, glaube ich, sogar das große. Schade. 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 Ah, das war das. Okay. Mist. Okay, Kambodscha ist wieder eins von den Dingern hier. Und zwar, ich glaube, das rote. Yes. Jetzt habe ich Sudan schon nicht gefunden. Jetzt wollte ich Südsudan von mir haben. Ist jetzt schlecht, dass ich Sudan geskippt habe. Das ist jetzt ungünstig. Wait. Hier war fucking... Oh, hier war Sudan. Ah, ja. Jetzt, wo ich wieder... Jetzt, wo ich das mit dem aufgeteilten... Ja. Mist. Okay, also hätten wir jetzt eigentlich Sudan hier rein. Ja, 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 ja. Sudan ist ein großes Land. Holy mo... Wo wollte ich Sudan vorhin hinsetzen? Habe ich nicht hier irgendwo... Oh mein Gott. Ja, ja, hier, hier ist Sudan. Ja, hier ist Sudan. Die Philippinen. Die Philippinen. Belize. Jetzt kommt... Jetzt geht es wieder los. Ich hätte es jetzt hier irgendwo hingesetzt. Yes. Okay, Bangladesch weiß ich auch noch. Ich glaube, das da, genau. Die Fidschi-Inseln. Da sind wir jetzt wieder hier unterwegs. Äh, das waren, glaube ich, die zwei Kleinen. Nein. Schade. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir noch aufnehmen, weil... ...aber dadurch ist die Maus jetzt weg. Ich hoffe, die Maus kommt jetzt wieder. Ähm. Habe ich jetzt den Dumm? Ah, die Große ist Große hier. F. An die Fidschi-Inseln. So. Mexiko. Zack. Albanien, habe ich vorhin schon gesagt. Ist hier. Zack. Ich glaube, das waren die Dinger da. Der Iran. Der Iran ist... Hier. Das... Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ist Iran oder Irak größer? Ich meine, Iran ist das Große. Ja. Oh. Burkina Faso. Ich glaube, das war eines hier. Ich glaube, das war irgendwas hier. Ich klicke mal kurz die Dinger hier durch. Irgendeines hier war das. Ja, genau. Das ist da in der Mitte. Liberia war auch irgendwas hier. Oh Gott, oder auch noch nicht. Scheiße. Oh Gott, war hier oben nicht Libyen? Das, was ich vorhin verpeilt habe? War hier nicht irgendwie Libyen? Scheiße, wo war denn Liberia? Oh, das ist jetzt wieder was, wo ich mir viel zu unsicher bin, als dass ich irgendwas anklicken möchte. Ne, ne, ne. Ich werde hier nicht anfangen zu raten. Wenn ich gar keinen Schimmer mehr habe, dann rate ich nicht. Weg damit. Venezuela. War... Unter oder über Nicar... Ah, ne, hier das Große. Das war's. Kamerun. Oh shit. War es nicht hier irgendwie... Und das ist, glaube ich, Somalia? War das kleine Kamerun? Nein, das hier? Das hier? Irgendwo hier war Kamerun, dachte ich. Weiße. Scheiße. Ich dachte, irgendwo hier war Kamerun, aber... Ja, scheinbar nicht. Da war Kamerun. Oh Gott, Namibia. Das ist jetzt aber irgendwo hier unten. Das sind diese ganzen IAs gewesen. Ja, direkt hier. Okay, Portugal geht wieder. Zack. Montenegro. War hier. Österreich hier. Elfenbeinküste. Äh. Äh. War es nicht in Afrika irgendwo? Ah, da. Oh Gott. Tuvalu. Ah, wobei. Tuvalu war eins von den Inseldingern hier, ne? Vielleicht jetzt die zwei? Nein. Das war's. Okay, Kongo. War das große, glaube ich. Yep. Lieber. Libanon. Ah, ich glaube, das habe ich vorhin mit Libyen verwechselt. Weil das ist doch jetzt hier irgendwo. Genau. Shibuti, jetzt sind wir wieder bei den Inseln, denke ich. Wir haben bald die Inseln durch. Das ist gut. Irgendeins hiervon. Scheiße. Scheiße. Keins hiervon. Nein, warte, 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 warte. War das nicht hier? Nein. 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 Shit. Ich war mir so sicher. Mist. Mist, dann weiß ich Djibuti nicht mehr. Ah, schade. Nee, dann... Dann muss Djibuti passen. Djibuti, zack. Nord-Mazedonien ist über Griechenland, zack. Argentinien ist hier drüben. Oder? Ja. Ich war... Ich war kurzzeitig verwirrt. Tatschikistan. Das ist jetzt... Ich glaube, das war... Das da. Das da. War es das Große? Nee, auch nee. Dann war es das Kleine. Okay. Irland. Irlando. Zack. Andorra... Andorra... Oh Gott. Das sind diese ganzen Dinger hier, wo ich nicht mehr merken kann. Nee, das war... Da ist ja auch noch... Da ist ja auch noch Dings dabei. Tansania. War es nicht irgendwas hier Andorra? Ich habe keine Ahnung. Ich skip Andorra. Ich skip Andorra. Turkmenistan. Jetzt aber. Nein, ich wollte es brauchen. Ich wollte es anklicken. Mauretanien. Ich habe schon wieder Vibes, die hier hingehen. Aber scheinbar nicht. Scheiße. Ich habe... Ich war eigentlich kurz über... Ich war eigentlich... Ich habe gedacht, ich war nicht irgendwo. Ach Mist. Dann ist es wieder bestimmt irgend so was hier. Skip. Tschechien. Kriege ich hin. Pakistan. Kriege ich hin. Das war das, was ich vorhin gesucht habe. Das Wort. Genau. Das war hier Kroatien. Ost-Timor. Das war dieses Ding. St. Vincent und die Grenadinen. Das war... Desda. Marokko war hier. Guinea war hier. Nein, dann das Kleine. Dann desda drunter. Mann. Belgien. Belgien war ich... Ganz kurz. Ja, Niederlande ist drüber. Belgien ist hier. Japan. Ich bin schon wieder hier unterwegs. Ja, jetzt habe ich die erwischt. So, Israel. Wir haben halt noch viele, viele Leichte, die dann recht schnell gehen. Ja. St. Lucia weiß ich auch. Wobei, nicht exakt, aber eins von denen. Tester. Jetzt kommt Jemen. Jetzt aber. Was? Äh, hier drüber. Hä? Nee, hier unten. Lost. Okay, Lettland. Jetzt kommen die ganzen Dinger. Lettland war unter... Finnland. What? What? Ah, nee, es war die Mitte. Genau. Estland, Lettland, Litauen. So rum. Syrien. Syrien war... Ah, ich habe Syrien komplett vergessen. Das gibt es ja auch noch. Chilic. Deutschland. Deutschland. Ist hier drüben. Amor gleich. Da fange ich jetzt nicht an zu raten. Das wird nix. Bolivien. What? Ah, nee, hier. Genau. Die Mitte, da war es. Panama. Oh, shit, Bahrein. Oh, shit, Bahrein. 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 Nee, bin mir zu unsicher. Skip. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Eins von denen. Ernsthaft jetzt? Nein, stopp. Das war dieses Irrding. Das war doch dieses Irrding, dass man dachte, dass es hierbei die ganzen Gineas sind. Aber ist es gar nicht. Sondern es ist doch hier drüben gewesen. Genau. Oh, Palau. Was zur Hölle? Ich klicke mal kurz wieder die Dinger durch. Ja. Saudi-Arabien. So. Ägypten. Kasachstan war das große. Ja. Die Seychellen. Genau. Peru. Peru. Oh. Das ist jetzt wieder so ein Land, wo ich mir denke, das müsstest du doch wissen, Kerl. Und dann versaust du es. Fuck. Oh, F an Peru. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt auch nicht gewillt anfangen, hier zu raten. Da fange ich, da würde ich jetzt zu viel raten. Ich bin mir bei Peru viel zu unsicher. Skip. Eritrea. Das ist irgendwo da. Das ist, glaube ich, Somalia. Ich glaube, das da ist er. Ja. Sri Lanka ist vor Indien. Guyana. Ich glaube, das ist eines von den... Oder das hier. Das ist nämlich eins, was ich immer sonst falsch gemacht habe. So. Kolumbien ist hier. Das, was ich vorhin als... Weiß ich nicht angeklickt habe. Serbien. Jetzt gehen wir wieder nach Europa. Äh. Ist. Wait a moment. Österreich. Ungarn. Ich glaube, Serbien ist drunter. Genau. Oh, Mali. Oh shit. Ich glaube, das war irgendwas hier. Ja. Moldawien. Das ist auch irgendwas hier, glaube ich, gewesen. Aber wo? Nee. Scheiße. Zu viel noch übrig, als dass ich zu viel... Ich will nicht zu viel rumprobieren. Ja. Ich denke, es ist irgendwas hier gewesen. Skip. Indien. Zack. Ecuador ist am Äquator. Das ist hier. Zack. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist jetzt dieser... Dieses hier. Dumm. Zypern. Äh. Hier. Kumoren. Das ist jetzt, glaube ich, noch eines hiervon. Ah, die habe ich auch noch nicht. Ja, da sind die Kumoren. Benin. Das ist jetzt, glaube ich, aber eins von den dreien. Ja. 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 Kongo ist drüber, über der demokratischen... Nein, ist es nicht. Es ist drunter. Es ist daneben. Es ist hier. Da ist es. Oh, die Zentralafrikanische Republik ist, glaube ich, das Ding. Genau. Ich habe Algerien-Vibes hier. Ja. Guatemala ist, glaube ich, da ist, glaube ich, irgendwas hier gewesen. Oh, jetzt blamier ich mich wieder böse. Doch, war hier. Weißrussland. Jetzt nicht auf... Jetzt gut aufpassen. Hier. Zack. Niger. War irgendwas hier auch. Irgendwas in der Ecke hier. Das kleine war es aber, glaube ich, nicht. Das ist immer noch Somalia, meiner Meinung nach. Deswegen klicke ich das jetzt auch nicht an. Ah, das war Niger. Jetzt, wo ich es gesehen habe, ja. Das war Niger. Eswatini. Das war so ein Insel... Wie ich... Glaube ich. Nicht sicher. Scheiße. Ah, es ist aber auch so eins, was ich immer wieder falsch habe. War das hier irgendwas? Ne, ich habe einfach kein... Warte, waren das nicht die Grenadinen hier? Ich glaube, wenn... Ja, ja, ich glaube, das waren die Gren... Scheiße, wo war denn Eswatini jetzt wieder? F. War das dann doch eins hiervon? Ne. Oder war... Ah, oder war das eins von den kleinen Viechern da? Nein. Da, so ein kleines Viech war das. Jordanien. Jetzt aber. Jetzt bin ich hier jetzt richtig. Bulgarien. Das ist hier über Nordmazedonien. Es ist über Griechenland eher. Nigeria ist bei Niger. Drunter. Gambia ist jetzt aber eins hiervon wieder. Nein, Gambia ist das Ding gewesen. Genau, da ist ja dieser... Diese Schlange da ist, das Gambia. Vatikanstadt. Ist hier. Dominika. Ah. Ich glaube hier. Irgendwas hier. Ja. Weil hier ist doch die Dominikanische Republik oder so ein Ding. Burundi. Oh weia. Das ist jetzt wieder so ein... Äh. Äh. Ja. Nee. Scheiße. Doch hier vielleicht irgendwo. Ja, wir lassen Burundi mal aus. Doch, da ist die Dominikanische Dominikanische Republik. Das ist hier. Lesotho. Das ist hier drüben. Das da. Hä? Hä? Irgendwas hier ist es doch. Das Große? Nee. Hä? Oh, warte. War das nicht... Hier ist ja auch noch irgendwas. Hä? Wo ist jetzt Lesotho? Ich dachte, es war hier irgendwas. Nicht? Liege ich hier jetzt völlig falsch mit Lesotho? Scheiße. Ich dachte, das war hier. Okay, dann weiß ich es nicht. Also was, hier eins? Ja, genug geraten. Och Gott. War Tonga nicht irgendwas hier, wo ich das immer verwechselt habe mit einem Land und dann waren es so diese Inseldinger? Ja. Ja. Okay, Griechenland. Griechenland ist hier. Ghana, jetzt aber. So. Ungarn. Kosovo ist dieses Ding. Rumänien. Jetzt gut nachdenken. Äh, ich meine, hier ist ja unser aktuelles Problem. Die Ukraine. Rumänien ist drunter. Ah, Laos ist das Ding hier, was ich gerade als Lesotho haben wollte. Ups. Hä? Ist es wieder nicht Laos? Irgendwas hier ist Laos. Okay, die Mitte da ist Laos. Mist. Äh, Finnland. Oman. Ja, das könnte man sich hier die ganze Zeit gerade denken. Oh Gott, Bhutan. Ah, das. Puh. Na, das ist mir jetzt wieder zu viel zum Raten. Somalia. So. Ah, hier ist Bosch. Genau, das war Bosnien und Herzegowina. Das war das, was ich vorhin noch gesucht hatte. Grenada. Nee, hä? Ah, das waren die Grenadinen. Mist, wo ist denn? Grenada. Wait. Grenadinen. Das hier war Grenada. Nee, hä? Keins davon? Sicher? Scheiße. Ah, dann ist es hier irgendwas wieder, was ich jetzt wieder nicht weiß. Ach, Käsekuchen. Ja, komm. Es gibt einen Grenada. Mist. Oh, nee. Das ist auch wieder irgendwas. Ich skip Togo. Ich skip Togo, bevor ich da jetzt rumwurschtel. Okay, Tansania ist irgendwo hier. Das ist da entweder. Ja. Vietnam. So, jetzt aber. Dann hier. Dann ist das... Dings. China. Vanuatu. Jetzt aber. Taiwan. Ist hier. Cap Verde war, glaube ich, dieses Stückchen hier. War es nicht. Ärgerliche Momente. Oh, ich glaube, das ist eins, was wir schon weg haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich glaube, das habe ich bisher aus... Ah, Cap Verde war hier. Richtig. Usbekistan. Das ist dann hier. Oh Gott. Botswana. Das ist irgendwo hier unten. Da, direkt neben Namibia. Okay. St. Kids and Newest. Das ist hier. Oh, Angola. Oh, shit. Ich glaube, das ist auch hier irgendwo. Ja, wenn nicht sogar das ganz große, genau. Zimbabwe. Ist, glaube ich, auch hier irgendwo in der Ecke. Ja. Zambia ist auch hier. Genau. Kuba. Kuba, 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 Kuba. Die Ukraine. Trauriges Land aktuell. Brasilien. Island. Singapur. Ach, Singapur hat uns hier noch gefehlt. Ähm. Bin ich jetzt dumm? Ja. Russen. Russen. Ich meine, die Russen können nichts dafür, aber... Schwierige Momente. Ruanda war auch hier unten. Irgendwo hier war Ruanda. Lass mich Ruanda anklicken. Irgendwas hier ist Ruanda. Das Ding. Äquatorial Guinea ist dieses Eck. Monaco. Ah, Monaco haben wir noch gar nicht. Ist. Genau, die da oben haben wir auch alle noch nicht. Estland. Oh, die Malediven. Dann hatten wir das doch noch nicht, weil das sind nämlich die Malediven. So, Polen. Zack. Aserbaidschan ist genau hier dann... Das war das, was ich vorhin als Dings anklicken wollte. Als, äh, hier. Äh, völlig lost jedenfalls. Nordkorea ist hier. Oh, jetzt kommt wieder so ein Mist. Also, Entschuldigung an alle Mosambikaner. Ne. Irgendwas hier. Irgendwas hier. Aber ich... Ja, wobei, jetzt kann man es auch durchklicken, ne? Jetzt, äh... Jetzt ist ja nicht mehr so viel. Okay. Wer ich... Ah, das war meine Eselsbrücke mit den ganzen Ems hier. Madagaskar, Mozambique, Mauritius, ne? Das waren meine Ems. Stimmt. Ich erinnere mich an meine Eselsbrücke. Italien. Australien. Irak. Omyanmar hatten wir noch nicht. Richtig, richtig, richtig. Chile. Costa Rica ist, glaube ich, da dazwischen. Genau, die Niederlande sind hier. Südkorea ist hier drüben. Haiti. Ist... Upsah. Da. Litauen. Ist hier. Äthiopien. Irgendwo hier ist Äthiopien. Äh, das war Sudan. Das war dumm. Ich dachte, wo da ist Äthiopien. Schreiben, Honig. Shit, was ist jetzt Äthiopien? Äh, ich meine, das ist Sudan. Das kann... Brauche ich schon gar nicht mehr anklicken. Ist nicht hier Äthiopien dabei? Äh? Leute, bin ich schon wieder komplett lost. Ist nicht hier Äthiopien dabei? Was soll Äthiopien denn sein, wenn nicht hier? Habe ich das nicht gerade angekl... Ach, ich dachte, ich hatte das angeklickt. Okay, Norwegen. United States. Spanien. Kanada. Gabun. Ist das nicht eins von den Gabun? Ich war so überzeugt, dass da eins von den Gabun ist. Äh, ist Gabun wieder irgend so was Kleines? Nein, auch nicht. God dang it. Was ist jetzt wieder Gabun? Habe ich das schon? Habe ich schon probiert, ne? Scheiße. Aber so was Großes war das doch nicht. Gabun war doch was ganz klein. Ich dachte, Gabun war klein. Oh, ja. Hier. Über-äquatorial-genäher. Also unter-äquatorial-genäher. Jamaika. Honduras. Jetzt sind wir wieder hier unterwegs. Brunei. Jetzt sind wir wieder hier drüben unterwegs. Äh, hier. Malawi. Jetzt habe ich wieder hier diese Insel-Vibes. Ne, aber das da auch nicht. Äh, doch nicht hier. Haben wir noch irgendwo Inseln frei? Ne, dann vielleicht doch hier irgendwas. Scheiße. Ah, ne, warte. War das nicht hier irgendwas? Wo ich, habe ich das nicht auch immer wieder falsch gehabt? Ja, das ist dieses Mittel. Das ist immer noch, das ist das dritte M. Das sind schon vier M. Malawi, Mosambik, Madagaskar, Mauritius. Mann ey. Kenia. Kenia ist jetzt aber hier irgendwo. Genau. El Salvador ist hier. Malta. Indonesien. Paraguay. Luxemburg. Das ist jetzt aber wieder so ein Insel-Ding hier. Das waren die Mikro... Madagaskar, habe ich gerade schon gesagt. Schweden. Antiqua und Barbuda. Oh, lol. Aber weil ich 16 übersprungen habe. Oh mein goodness. Okay, lasst uns mal kurz gucken, was ich übersprungen habe. Da, 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 da. Boah, war das... Das war nicht gut. Das war nicht gut. Also, den Sudan habe ich verkackt. Das weiß ich noch. Sudan habe ich verkackt. Djibouti war hier. Okay. Oh, Bahrain hatte ich ver... Ich bin so dumm, Bahrain. Ja, natürlich. Ich bin so blöd. Richtig, Bahrain hatte ich komplett verkackt. Ähm. Was hatte ich denn noch verkackt? Ich hatte hier einiges noch verhauen. Ah, Ruanda, Burundi. Ich glaube, Burundi hatte ich nicht angedings. Ähm. Sambia habe ich, glaube ich, auch nicht mitgenommen. Ich weiß es gerade nicht mehr sicher. Es war Teenie und Lesotho. Oh, ja, das waren hier die Dinger. Ich weiß nicht, welches von denen hatte ich nicht. Ich glaube, Lesotho hatte ich nicht gefunden. Lesotho war hier unten. Okay. Die Dinger hatte ich auch nicht, ne? Togo hatte ich nicht ausgefüllt. Das war hier. Die werde ich mir auch... Ich glaube, die werde ich mir nie vernünftig merken, diese Teile. Weiß es nicht. Senegal war hier. Och, du Scheiße. Den habe ich ja ganz woanders hingesetzt. Uff. Mauretanien hatte ich auch nicht gefunden. Das war hier dieses große Ding. Ich habe Algerien nicht ange... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das hier hatten, ne? Algerien war, glaube ich, auch noch leer. Ups, Salah. Hä? Hatte ich nicht... Hatte ich das echt nicht? Oh, mein Gott. Okay. Europa müssten wir alles gehabt haben, ne? Ne, Moldawien habe ich nicht gehabt. Das ist die Mitte von Ukraine und Dingsge... Och. Ach, Leute. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, wir hatten irgendwelche... Inseln da drüben auch nicht. Hä? Wann war denn eigentlich Südkorea? Habe ich Südkorea? War wahrscheinlich... Es muss dran gewesen sein, weil das hätte ich auf jeden Fall richtig gemacht. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass ich es hatte. Ist okay. Bhutan war hier. Ich glaube, das habe ich auch nicht angeklickt. Bhutan war hier. Ei, 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 ei. So, was hat man denn hier noch nicht? Palau war... Ne, Palau hatte ich, glaube ich. Irgendeins hier. Samoa, die hatte ich nicht. Und Vanuatu auch nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das nicht auf das gesehen? Ach, keine Ahnung. Egal. Was hatten wir denn in Amerika nicht? Hatten wir da irgendwas nicht? Die müssten wir gehabt haben. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, dass wir Peru... Habe ich Peru geskippt? Ich glaube, ich habe Peru geskippt. Ich glaube, ich habe Peru geskippt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier hingeklickt habe. Deswegen. Ich glaube, ich habe Peru geskippt. Ei, ei, ei. Kritischer Hase. Ähm... Das hatten wir. Das hatten wir auch. Ich glaube, das hatten wir soweit. Ja. Oh, ich glaube, Guatemala hatte ich nicht. Habe ich das hier drüben? Das wollte ich hier drüben irgendwo hinsetzen, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, Guatemala... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was ich nicht hatte. Aber ich glaube, Guatemala hatte ich nicht. Na gut, okay. Jut, 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 jut. Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir haben mal wieder World Gear Graphic Games gespielt in 50 Minuten. Und tschüss.